Herzlich Willkommen zu einem neuen MAME 32 Klassiker Ja, wie war das? Kung Fu Fighter Oder so Und wir starten direkt Wen spielen wir? Bucu Nehmen wir Ne, wir nehmen es da Oh, ich hab getreten und geschlagen Wow Kann aber fast schon fliegen Komm schon, wir gewinnen Ach, wir spielen immer O-Long Wir haben jetzt nur als erster gegen Bucu gekämpft Wir sind O-Long Der Junge, der gewonnen hat Wir haben gewonnen, er hüpft Der nächste Kampf Gegen Star Ja Uh, ein Ninja-Stern Kann man das nicht ein bisschen kontrollieren, das Spring? Wenn man springt, fliegt man direkt so weg Und da ich mich nicht von den Dingern, die geworfen werden, treffen lassen möchte Ach du Oh, ist voll knapp Ach, wir haben verloren O-Long hat keine Chance gegen die Ninja-Sterne von Star Wir können keine Ninja-Sterne werfen Falls irgendeiner die Frage sich stellt Wir können nur das umgehüpfen, was hier schon getan wird Ah, langsam hab ich das Ausweichen drauf Ja Es wird knapp Na, verdammt Gegen Ende zieht er ganz schön an Nochmal Hot-Fighting-History Next Opponent Ja, ja, ja Ist ja auch Wurst Ich möchte gerne gewinnen Wieso trifft die denn vorher? Naja, tut mir leid, dass ich vielleicht nicht viel sag, aber Das ist Puro und Fairness Wir sind trotzdem dritter Platz geworden Wir nennen uns A-A-A-A-A-A Ich hab keine Lust mehr, den Namen auszudenken Wir versuchen es nochmal So Wir kämpfen gegen Bucu Mit unserem tollen Typen O-Long Der Kampf ist super langweilig, aber egal Komm schon Wir gewinnen Ja, Bucu wehrt sich nicht mal richtig Der fliegt nur wie Superman durch die Gegend Ah, wir bekommen mehr Punkte, wenn wir mehr Leben haben Und jetzt geht es mit Star weiter So, diesmal schaffen wir es Ha Rübergesprungen Wow Das sieht doch super aus Ja Wir haben gegen Star gewonnen Da zeigt auch O-Long seinen coolen Trick So Nun schon Wow Warum kann ich nicht so schnell laufen Aber der hat eine größere Reichweite Das ist ja blöd Das ist blöd Da muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache Gegen Nuncha Komm schon, abwehren Ha So Verdammt Wobei ich schon sagen muss, ich bin schon ziemlich stolz, dass ich so weit gekommen bin Ich hätte es nicht gedacht Ha Komm schon Komm schon Ha, nochmal getroffen Ach, schade Das war's Wir haben ihn immerhin halb besiegt Ich lasse es dabei Oder darf ich nochmal Ach, ich darf nochmal Okay Was ist los? Wir führen Habe ich die Technik gegen ihn? Nein Nein, habe ich nicht Na, verdammt Ich dachte, ich war so Dass ich den vielleicht schaffe Ich war am Anfang so gut Ja Erster Platz Das ist doch wenigstens auch was Wir schreiben Ne Wir hätten jetzt nicht Ich habe jetzt nicht genug Zeit Den Fallen Namen auszuschreiben Wir nehmen nur Ah, wir haben es geschafft Wir spielen Gerade Let's Play Wie war's? Ah ja Kung Fu Ja Bis dann Das war's Ciao Ciao